Zirp, zirp Geh, Infantris ist besonders kommunikativ Rieken einhör! Stopp! Rieken! Ja, Logi! Okay, hier! Jetzt halt! Jetzt halt! Typ ist schon tot Der ist schon tot, glaub ich, ja. Einmal zerstören Jo, nice Super! Okay, dann an ihm vorbei, die Straße weiter hoch und dann gleich Kurz zur Mutter aus, ne? Äh, Logi Bums Bus auf 11 Uhr Schön Er hat sie auch vorher im Winkelspiegel gesehen Ja Gucken wir mal auf den lassen Einfach, einfach hier runter die Straße zu passen Ah, der Typ gespringt Naja, okay Miene voraus Ja, okay Miene voraus Dann links von der Straße runter Oh, das war aber knapp Alter Alter Okay, warte mal, ich markiere hier noch Da hinten Ich bin auf die nächste, auf die Hüge kam da Und dann schauen wir mal links die Straße runter, was der macht der Schiff Wenn der nix ist, müssen wir weiter Ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Nicht bewegen, nicht bewegen Zwölf, zwölf, Richtung zwölf, Richtung zwölf, Richtung zwölf, den hast du, den hast du Jawoll Dann geh drauf Ja Ja, oh, der 14 ist Super 55, zucker Sauber Richtig geil Das ist lecker, das ist lecker Squad 5 auf Punkt 55 Squad 2 bitte auf Punkt 90 Und äh, Squad 3 bitte ungefähr Punkt 13 und dann Norden Selbstverständlich, darum kümmern, das ist völlig Äh, bitte mal den untergebenden Bescheid sagen Ja, ist weit weg, der lockelt ja ganz ab und lang Richtung Basis Ander kommt zurück Okay, nicht bewegen, nicht bewegen Warte noch Oah Weg gemacht, Junge, geil Ist er tot? Er ist tot, ja, der ist für Platz Ihr bitte Punkt 3 Okay, Fahrer, setzen uns mal 40 Meter nach rechts Ähm, wir gucken, dass wir einen anderen Winkel kriegen in der Straße Vielleicht kommt jetzt der Schirm zu, weil der sauer ist Und dann gucken wir mal Ich bläde dich den MSP nördlich vom Punkt und so nah am Punkt stellen Das ist dann in 5 Minuten, das ist der Schwer, das sind uns kaputt Genau, und hier halt Wird er Richtung Norden und Norden auch verlegen Oh, Mann Der Krieger ist selbstständig Boah Ha 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 Alter, der ist ja Voll verdammt Da war das IP-Lex AMG ist überbewertet Genau, und halt Jetzt hier halt Mörser, kannst du halt? Marker Du siehst den Mörser Du siehst den Mörser Ja Der ist weg, der Jeep Ja, aber es ist nicht gemacht, weil vor Geht bis dahin Boah Was? Nicht schlecht Ja, Sprenggranate drauf Bisschen höher Ja, Sprenggranate drauf Ja, Sprenggranate drauf Direkt hinter dem Hügel Ja, sehe ich Direkt hinter dem Hügel Genau, dann so dass die Kanone ein bisschen runter zeigt, also über die Hügelspitze hinaus Und dann auf 1 Uhr jetzt Die Wanne Die Wanne Die Wanne Die Wanne Die 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 Wir kriegen auf Kölbe ziemlich massiv Probleme Halt, Halt, ja, da ist sie Oder? Ne Ja, ist sie Da, 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 da HE auf die Besatzung Jo Ausgepackt Und jetzt zerstören das Ding Einfach, genau, machst du super Einfach weiter hoch Dann an der Hügelkuppe mal Halt Vereinschne, vereinschne Infanterie auf 2 Uhr, ja, ja, auf 2 Uhr Äh Fahrer nicht vernichten Da steht MSG oder irgendwas? Jaja, vernichten Ähm Auf 2 Uhr, ich befreitlicher Scharfschutz Ich guck mir den mal an Ganzes Infanterie ist gut Ist durch Alle Lupen dicht lassen Turm auf 3 Uhr Turm 3 Ok, Turm 12 Fahrer auf 3 Uhr in die Ebene runter Da wo die Angriffsmarke ist drauf Hinfahren Äh, auf 1 Uhr so ein bisschen Genau, der ist jetzt direkt voraus am Busch Er ist durch, okay, fast Die Luftdruck Er ist durch Er ist durch Der ist durch Er ist durch Er ist durch Er ist durch